Es ist das Jahr 2020. Meine sichere Welt wurde auf den Kopf gestellt. Keine Freunde treffen, kein Fußballspiel mehr im Verein und Homeschooling. Sogar mein Geburtstag mit Freunden musste ausfallen. Meine Großeltern vermisse ich sehr. Ich darf sie leider nicht besuchen. Ich bin echt traurig. Meine Eltern geben sich viel Mühe, um mir zu helfen. Hoffentlich ist diese Zeit bald vorbei. Hoffnung zu verbreiten ist unser Auftrag. Noch nie war es so leicht, Hoffnung zu schenken. Gemeinsam bringen wir Jesus in jedes Zuhause. Werden auch Sie zu einem Spender der Hoffnung. Helfen Sie mit, HOPE TV zu verbreiten. Weitere Informationen erhalten Sie unter hopekabel.de Nachdem wie er will. óis Untertitelung des ZDF, 2020